Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singen wir mit Jennifer Schaaf von der Online-Kirche gemeinsam ein Lied und ich bin gespannt, welches es sein wird. Haben Sie Freude dran und singen Sie mit. Es kommt der Tag, der uns befreit. Hell strahlt ein Lied durch jede Nacht, ich preise Gott, Magnifikat. Himmel und Erde hat er gemacht, mein Gott, der mich erhoben hat. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heim in unserer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit. Du weißt um Tränen, Kreuz und Leid. Du weißt, was Menschen beugt und biegt. Doch du besingst den Derb frei. Weißt, dass das Leben letztlich siegt. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit. Dein Jubel steckt auch heute an. Hösterlich klingt der Ton um Ton. Großes hat Gott an dir getan. Großes wirkt unter uns, dein Sohn. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heim in unserer Zeit. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heim in unserer Zeit. Es kommt der Tag, der uns befreit. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heim in unserer Zeit. Gott ist Gott. Gott ist Heil in unserer Zeit. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heim in unserer Zeit.